Spotify empfohlene Songs deaktivieren Möglicherweise haben Sie eine Playlist auf Spotify und möchten, dass nur die Musik dieser Playlist abgespielt wird. Aber manchmal wird nach dem Ende der Playlist musikähnliche Musik vorgeschlagen und abgespielt. Nun gefällt Ihnen diese vorgeschlagene Musik möglicherweise nicht und Sie möchten sie löschen. Melden Sie sich dazu in Ihrem Konto in der Anwendung an. Klicken Sie auf diese Option. Rufen Sie den Einstellungsbereich auf. Scrollen Sie zum Ende dieses Menüs. Finden Sie diese Option. Jetzt müssen Sie diese Option deaktivieren. Bitte liken und abonnieren, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Ihnen ähnliche und empfohlene Musik nicht angezeigt. Und nachdem die Musik in Ihrer Playlist zu Ende ist, wird je nach Playlisteinstellungen entweder nichts mehr abgespielt oder die Musik wird von Anfang an abgespielt. Die zweite Lösung besteht darin, mehr als 50 Songs in dieser Playlist zu haben, sodass nach den Songs in Ihrer Playlist keine Musik abgespielt wird. Wenn die Playlist mehr als 50 Songs enthält, werden die vorgeschlagenen Songs nicht für Sie abgespielt. Bitte liken und Kanal abonnieren.